Moin! Willkommen in Plauen! In diesem Video seht ihr Straßenbahnen an verschiedenen Orten entlang der Bahnhofstraße. Hier stehen wir am nordwestlichen Ende. Die Straße führt dort in einer S-Kurve zum oberen Bahnhof. Im Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Durch diesen Fußgängertunnel kann man in die Innenstadt gehen. Im Jahr 2024 sind zwei Fahrzeugtypen im Einsatz. Die vierachsigen Tatra-Triebwagen KT 4D stammen aus den Jahren 1976 bis 1988 und wurden in den 1990er Jahren modernisiert. Die Straßenbahn Plauen besitzt 14 Stück. Die sechsachsigen Bombardier Flexity Classic wurden in den Jahren 2013 bis 2018 in Dienst gestellt. Von diesen Fahrzeugen sind neun Stück in Plauen im Einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. In der Kreuzung mit der August-Bebel-Straße führt die Bahnhofstraße als Fußgängerzone in die Innenstadt. In den Aufnahmen könnt ihr die beachtliche Steigung sehen. Das war's für heute. 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 Hier stehen wir an der Syrastraße. Im Hintergrund liegt das Plauener Schloss. Zum Abschluss seht ihr noch einmal einen Triebwagen in der S-Kurve am Bahnhof. Gefilmt vom erhöhten Aussichtspunkt am Rathenauplatz gegenüber dem Bahnhof. Das war's für heute. Damit sag' ich tschüß und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.